No parking. Wo sind wir? Wir sind da, okay. Okay, wir sind kurz vor der Stadt. Road work ahead. Na klar. Auch versperrt, auch verschlossen. Okay, da kann man auch nicht lang. Haben wir hier irgendwas? Nee, auch nicht. So, wir sind Silent Hill. Ein angenehmer Aufenthalt. Und das ist die Karte von Silent Hill. Restaurant Gonzales, Happy Burger, Nili Bar, Cafe America, Cafe Texas, Crossmarkt, Blue Creek Apartments, Woodside Apartments, Restaurant Lucky Jade. Und Groovy Music. Karte ist Oster. Oh, das ist nur ein Teil der Stadt. Und das ist nur ein Teil der Stadt. Flower celebration. Seit 70 Jahren. Sieht eher aus, als wäre ich seit 70 Jahren keiner mehr gewesen. Sollte eine Stadt nicht eigentlich belebt sein? Ich frage mal, was ist denn für ein Freund? Aber es ist geöffnet. Na, die Blumen sehen auch hervorragend aus. Nehme ich gleich mal 100 Stück. 100 Rosen, bitte. Cassandra. Cassandra. Ein Kunde war heute hier und hat eine roten, weißen, mischen Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Okay, hinten steht nichts drauf. Okay. Natürlich Zigarettenstümmeln. Ist bestimmt hier ein netter Duft. Verrotete Blumen. Zigarettenstümmel-Duft. Hm. Sieht nach einem sehr professionellen Geschäft hier aus. Ih, war das gerade... Das war doch gerade eine Ratte gewesen, oder? Ihr wisst alle, was wir mit Ratten und mit Mäusen machen. Ihr wisst es alle. Was ist das? Eine Blutspur. Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Ich gehe mich. Du hast mich. Aber ich bin. Das war doch schon mal. Ich gehe mich. Du hast. Ich bin. Ich gehe mich. Ich gehe mich. Ich gehe mich. Das war's. Noch mehr Blut. Ob wir der Blutspur folgen sollten? Ich habe dennoch irgendwie ein bisschen Schiss auf der Straße rumzulaufen, wegen dem Nebel. Wenn da plötzlich ein Auto langgecruist kommt. Der sieht mich doch nicht. Da ist noch mehr Blut. Und das ist das Café Texas. Es war mal das Café Texas gewesen. Ähm. Ähm. Hey. Wait. Ma'am. Ma'am. Hätten Sie einen kurzen Moment für mich? Ma'am? 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 Da hinten ist er. Nee, da hinten ist er nicht. Ma'am? Ma'am? Na'am? 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 Ah, fuck, ich komme nicht da oben. Kann ich? Da ist er. Aber scheint so, als hätte sie keine Arme, ne? Keine Hände, keine Kekse. Fällt mir dazu nur ein. Hallo? 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 Ist da wer? Da. Da. Schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennzeichnen Übergänge, mit denen du interagieren kannst. Ich will, ganz ehrlich, mit dem Loch da nicht interagieren. Ich will, ich will das nicht. Man kann das Loch normal nicht aussuchen. Man kann immer das Loch aussuchen. Mit Einverständniserklärung. Schriftlicher Einverständniserklärung. Okay, können wir wieder speichern. Oh Gott sei Dank. Anscheinend lebt das Ding hier. Und das gibt Gründe, warum ich das Ding, Ding nenne. Weil ich glaube nicht, dass das Ding noch irgendwas mit der Frau zu tun hat. Oh, der eine Mann mit langen Haaren. Gesundheitsdrink. Nutrition Supplements. Ich will auch keinen Gesundheitsdrink nehmen. Ich glaube, wir sind aktuell noch bei voller Gesundheit. Ich hoffe, er ist zumindest. Also er ist zumindest bei voller Gesundheit. Ich bin nicht mehr bei voller Gesundheit. So viel steht fest. Ich bin nicht mehr bei voller Gesundheit. Ich bin nicht mehr bei voller Gesundheit. Ich bin nicht mehr bei voller Gesundheit. Ey, ich bin bewaffnet. Stay back. Oh, da. Oh, oh. Weg mit dir. Weg. Stuck. 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 What was that thing? Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. Die hat einfach einen Anzug aus Haut an. Alter, was? Das ist doch bestimmt hier in Amerika, oder? Warum hat denn die keine Schusswaffe? Das arme Ding? Ja. Ich armes Ding. Da hast du recht. Hat sie extra hübsch gemacht für dich? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Ob das Ding wirklich tot ist, ne? Ich weiß ja nicht. Eine Indie... Boah. Also sagen wir nicht... Also sagen wir echt nicht so, aber das Ding fällt mir doch nicht rein. Das ist doch nicht steril. Aber was ist eine Indie... Also... Was bringt uns die Injektion? Was? 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 Draufspucken und sauber? Ja, Spucke ist auch das... das Problem... für alles. Mit Spucke flutscht das Ding auch besser, ne? Es drifte dann leichter rein in die Haut. Ich bin ein bisschen beruhigt. Es gibt zumindest anscheinend Überlebende, die auch mit uns ganz normal kommunizieren können. Wie schön. Freut mich. Toll. Sie ist tot, Mann. Tot. Sie ist tot. Mann, ey. Okay. Okay. So. Erst mal hier Randane machen. Ich sag's euch. Alter, sie ist fucking nochmal tot. Wo sollte sie denn sonst sein? Ich bin. 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 voll übersehen. Ich bin. mit. Ich bin. Ich bin. Ich bin. ich bin. ein bisschen. ein evil feeling. Oder. Oder. geht es nur mir so. Wenn du das liest. Verlasse diesen Ort. Er ist nicht was er zu sein scheint. manchmal muss man nur dahinter schauen. Wenn der Typ jetzt hinter uns aufwacht und uns angreift. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Weg. Hallo? So. Zweiter Hinweis, dass wir die Stadt verlassen sollten. Aha. Ich wollte gerade sagen, nee, wir laufen nirgends so weg. Ich bin jetzt im Angriff Modus. Ich ziehe diese Aussage zurück. Ist das ein Zettel? Nee. Okay. Da haben wir sofort nichts. Mein Controller spricht gerade mit mir. Das ist unfassbar creepy. Kann ich das irgendwie ausschalten? Das ist bestimmt hier. Nein. Dann kommt hier. Nein. Nein. Wenn der Pfeil ist. Die Pfeil ist nicht zu einem anderen gibst. Nein. 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 Nein, nein. das spiel jetzt schon geht anscheinend nicht okay es gibt waffen es gibt waffen chat ich bin um ich hoffe dass meine meine keule nicht ich irgendwie zerbricht ruckelt bei euch das spiel gerade irgendwie oder ist es nur bei mir so weil die geräusche hört sich der 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 aus ihr hört zwar nicht aus dem kopf aber das ist unfassbar ekelhaft ich muss es ausschalten weil sonst und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020